Die Costa Magica macht ihrem Namen alle Ehre. Das 2004 in Betrieb genommene Schiff der Reederei Costa Kreuzfahrten führt sie in eine magische Welt und macht ihre Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Schon während Sie an Bord kommen, werden Sie von dem imposanten Eingangsbereich und dem Atrium verzaubert sein. Kommen Sie in den Genuss der italienischen Eleganz und erfreuen Sie sich an der Originalität der gesamten Bordeinrichtung. In allen Kabinen der Costa Magica erwartet Sie erstklassiger Komfort. Sie können zwischen mehr als 20 verschiedenen Kategorien wählen. Egal ob Sie sich für eine Innenkabine, eine Kabine mit Meerblick und Balkon oder eine der luxuriösen Suiten entscheiden, an Bord der Magica werden keine Wünsche offen bleiben. Die Kabinen bestechen durch ein wunderschönes Design und laden die Gäste zum Träumen und Entspannen ein. Zu den Highlights des Schiffes gehört die Poolanlage mit dazugehöriger Wasserrutsche. Es gibt insgesamt vier Schwimmbäder, sechs Außenpools und einen Jacuzzi. Dies ist das Paradies für alle kleinen und großen Wasserratten. Bei dem Unterhaltungsprogramm der Costa Magica wird bei keinem Gast Langeweile aufkommen. Für die Kleinen gibt es den sogenannten Squawk Club, in dem Sie sich den ganzen Tag vergnügen können. Den Großen wird eine Vielzahl an Aktivitäten geboten. Schwökern Sie in der Bibliothek in alter Literatur, powern Sie sich beim Sport aus oder genießen Sie einen entspannten Tag im Wellnessbereich mit Sauna. Natürlich ist an Bord der Magica auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt. In insgesamt vier Restaurants werden Ihnen sowohl italienische als auch internationale Spezialitäten zubereitet. Lassen Sie sich auf eine magische und kulinarische Reise entführen. Des Weiteren können Sie den Abend bei einem Drink in den verschiedenen Bars und Lounges gemütlich ausklingen lassen. Einen weiteren Hingucker erleben Sie auch bei einem Besuch im Casino und dem dreistöckigen Theater. Genießen Sie eine der vielen Shows und Aufführungen oder seien Sie selbst der Hauptakteur und testen Sie Ihre Glücksträhne. Erleben Sie eine magische Kreuzfahrt an Bord der Costa Magica. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns gerne kostenfrei an. Wir freuen uns auf Sie! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.